Musik 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 Moin Leute, kurz in einer neuen Folge von GeForce Man kann's vielleicht hören, ich bin da halt ein bisschen Fröhlicher drauf, keine Ahnung Kommt Daher, dass ich Ähm Oh man, man wollte es, man ging nur mit Zauberhofen Äh, Runde mit Zauberhofen, äh Keine Ahnung Kommt halt daher, weil Lass mich kurz hier gucken Nehmen wir mal den da Ich heute mein Level 73 in Fortnite geschafft hab Ich hab so ein bisschen mein Das war so So eine kleine Regel aufgestellt, pro Wochen Muss ich jetzt 10, äh, Runden ungefähr machen Und jetzt werden mir halt die Aufgaben Ein bisschen knapp, aber ich hab's heute Obst den geschafft Und das freut mich Eieieieiei Eieieiei, was geht denn hier schon wieder ab Ruinschwarm, aller Ja, okay, ist ein bisschen blöd Dass jetzt halt ein paar durchgehen, dass wir dann mit Sicherheit, ja Paar sein Ist jetzt aber so Mein Gott Ihr müsst jetzt ein Komm schon Ey, warum denn noch weiter Okay Okay, einer Ist halt blöd, weil hier halt jetzt immer einer durchhuscht Das mischte ich nicht Den nächsten den ich nicht mehr kaufen könnte Wären dann wahrscheinlich für 430 Aber dafür muss der schon mal Wesentlich besser sein Es kommen halt immer wieder durch, oder? Nein? Machen wir mal Das so Ja, jetzt Ah Bitte Oh Gott, sagen Immer noch? Na, ach man, das ist so nervig, wenn das passiert Ich muss gucken Bis auf 430 Ich meine Es ist jetzt nicht unbedingt schlimm Aber es ist halt nervig Angriff, wenn wir holen Wir sind normal und bloß Und das Geschwindigkeit, wenn wir holen Jetzt haben wir was dagegen Jetzt haben wir mal was Jetzt haben wir mal was Können wir auch gleich Finden wir uns sogar hinter einer Deckung? Gut Wild Alpha Signal Hm, ich bin so wichtig Bewegen sich schnell um das Äh, okay, 300 hier Damit haben wir schon mal Das hinbekommen Und der Toide kann man scheinbar Irgendwo upgraden Äh, okay Das müssen wir doch bei den Ah ja, jetzt Wie groß ist das in seinem Bereich? Okay, und einer Wahrscheinlich gleich groß Ich geh aber bei denen aufs untere Vom Preis her, glaube ich Der eine, der den anderen Fesselt und vernichtet Obwohl das andere hört sich auch Krass an So Ja Auf dem Sinn, jetzt müsste er auch Die sehen können Es kommt trotzdem welche durch Eieiei Die schnellen, die schnellen, die schnellen, die schnellen, die schnellen Das ist gar nicht gut, das ist nicht gut Die haben halt ordentlich Schaden Dann müssen wir auf den Arcanien stoßen, aber bis wir dahin Das überleben wir gar nicht Das ist viel zu viel Oder? Ja Oder ich mach noch Oder ich geh halt hin und mach Hier so ein Also den Quincy Genau, der müsste es hinbekommen Oh ja Und da kann er sich ein bisschen schwächen Und der müsste es hinbekommen, komm Bitte Ja Und das da Du müsstest gleich den Arcanien Stoß bekommen Mach, 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 mach Bam Jetzt müsste es besser gehen Bitte Bitte Ein bisschen, ja Bei dem ist man halt auch nur auf 1000 aber. Sonst Eieieieieieieieieiei Wohl, bei dem kommt jetzt Nicht so heftig viel an komm schon ja jetzt ja das hilft eigenermaßen besser und zudem ja ein Affenswissenpunkt ist immer ja okay das war es okay merkt er das ist dann noch so dass er hier vorne auch unterstützt kann abgelenkt und bewegen sich rückwärts das hört sich auch interessant dann machen wir mal das auch geht viel besser jetzt mit dem wir lassen ihn auch gleich mal die kräfe füße geben gehen wir auf blindgarnade wirft manchmal und der wirft gleichzeitig zwei also das schon stärker ja das alles nicht schlecht aussieht alles gut aus der level dann noch schön und du kriegst das kleine eine fähigkeit ach die geht über die map verteilt wie geil das ist cool das geht halt auf jeden blumen also nicht schlecht fast gehen wir schimmer schwarze magie zeigt auf sämtlich tarn blüms in der nähe schnelle angriffe mit höhere reichweite erhöhten schaden und kauft zum platz lassen das macht macht mehr sinn aber wenn es weniger kostet aber in dem fall würde ich das schon bevorzugen und der von ort also kennt sie der macht sich ja selber also ist ja alles ok ich überlege ich überlege machen wir mal den alchemist noch dahin da hat ja gar nichts ok dann lassen wir den mal ein paar bisschen leveln und kurz überlegen obwohl gleich schon neun was macht er dann drei äh drei von fünf gleich mal vier da kommt nichts mehr durch also nicht mehr ein bisschen halt schon aber geht eigentlich ok wir können was machen wir steckere trinken schneller werfen schneller werfen macht im moment sinn ja kostet ja auch gleich 700 hei 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 schneller werfen und wahrscheinlich uff jetzt bin ich ein bisschen überwacht stellen wir gleich zwei hin schneller werfen oh wir können nochmal stärkere säuren oder größere drei stärker kommen sogar lol hier und kältetank ich gucke einfach gar nicht mehr was sie können das ist man sieht ja schon gemeint schon stark sicherheitshalber ich bin mir sehr unsicher aber stelle ich hier noch einen hin äh auf was bist bin ich bei dir gegangen oben und unten dann muss ich es bei dir auch machen ey wie schnell geht denn das bei euch junge wie schnell macht ihr punkte wahrscheinlich halt doppelt weiß ich auch nicht verkehrt so dann kann er da ein bisschen gucken und die machen ordentlich das was mit dir nö das andere so ja wir sind da aber sonst jetzt nicht groß was das mit dem auch hier so der rückschlag ist krass aber auch reichweite macht natürlich auch ja mein mann wieder oben und unten unser klassisches okay ich glaube jetzt so langsam haben es bei denen dass sie ein bisschen dauern so also noch das untere damit der fahrt festgelegt ist jo hat jetzt aussehen gemacht dass wir das hier machen weil man sieht schon es kommen viel mehr ein rückschlag eindeutig ultra vision das kann dann natürlich alle angreifen uiuiui ah warte nicht schon wieder ja wie geil und ich kann es ja direkt oh ja das ist gut das ist zu gold das gibt uns richtig geld also sie schmeißen es halt nicht so oft aber wenn sie es schmeiße dann gibt es ein bisschen geld dazu warte mal das eine kostet 3 und so ja dann gehe ich wieder runter weil sondern avatar ich weiß das ist ultra krank aber das geld dafür ach der ist ja jetzt schon stark der zauberer hat scheinbar kann man den irgendwo ah ja jetzt hat er die kraft dass er die toten zum leben erwecken kann machen wir gleich hier sowas genau dann warten wir auf 3000 und dann kann er uns ein paar tote zum leben erwecken die glaube ich feinde zum also sie zerstören die bloß die toten dann sieht auch richtig cool aus und zudem geldtechnisch gar kein problem jetzt haben wir es jetzt kommen die toten da sind sie das sind die toten die gehen gegen die anderen das ist krass das kann krass sein aber die alchemisten schon wieder ja machen wir auch mal ich meine wir haben jetzt keinen wo wir in die mitte gehen können sondern noch nach unten aber ist ja nicht schlecht da können wir nichts machen da können wir noch nichts machen nein nein nö e na alles super ich setze glaube ich noch ein so jetzt kommen ein bisschen mehr und damit kann können wir auch ein bisschen entgegen gehen ich will unbedingt mehr von denen setzen das macht wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht und weiter runter kommen weiter runter bisschen geld sparen ich komme halt kaum durch beziehungsweise gar nicht noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr komm perfekt jetzt haben wir drei dieses mann jo ist natürlich eine kleine dingstens die gegen das ganze geht dein können wir ja super können wir gleich zeug bei jedem einsatz geld plus extra geld pro bananen farm in der nähe destruin und cool aber ist gerade ein bisschen blöd brauchen wir jetzt nicht aber gut zu wissen wollte ich das wieder vergessen dann machen wir dich gleich hier zum Batman 59 okay merke ich mir und die machen die ein bisschen grad das ist ja alles gar kein problem gleich zum Batman du bist gleich Batman da 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 Batman boom so so jetzt lass mich noch mal kurz überlegen die sind schon mal echt krass krass oh Gott sei kann man da was kaufen hoho sehr lustig ich spiel hohoho kann man einmal nur kaufen ja nur dass sie halt nach einer Zeit sterben ist ein bisschen blöd vielleicht aber macht auch Sinn wenn sie über den ganzen Bildschirm verteilt sind oh die Zauberer äh die Zauberform der Zauberer können können wir mal ich kann hier schnell voll zu Zauberer hallo ich sehe ich kann nicht lesen also ich schneller sein richtet bei meisten Bluens riesigen Schaden an ich glaube so irgendwie man kann bei doch machen wir hier auch noch dann kriegen wir ein bisschen Geld noch mehr Geld ich sollte aber vielleicht oben auch nochmal gucken dass ich da ein bisschen helfe aber ich will den auch ah mein Gott ich bin ein bisschen ziel gespalten aber es läuft gerade gut also jetzt mal ganz ehrlich ich mach hier noch einen hin man weiß ja nie die können da auch noch erwischen glaube ich möglich man weiß es ja nie ach fasst mal vor wir haben wollte sollte ich auch mal wieder spielen fällt mir grad ein oh da muss mal gucken wer mit mir halt spielen ha 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 ist schon lustig da man ja machen auch ein bisschen das Punkt cool kann ich gleich nutzen es geht gerade echt gut ja komm rückschlag werden natürlich ultra wichtig ist aber ein super Teil so ultra vision oder vision kann halt die getarnten sehen damit dann und getarnte sehen ist halt immer wichtig weil wenn die getarnten nicht dann gehen sie durch und oh blöd das wohne man nicht also so ja zwei davon drei davon wissen wir heißt einmal oben und dann einmal runter gut es wäre gut zu wissen ich glaube die toten blunts machen auch ordentlich schaden ah da ist das Ding war der Knopf grad richtig viel Geld machen oder was gut jetzt muss ich nur noch einmal runter also das heißt einmal 6k scheffeln keiner von den Affen können wir off-tune oder ja auf-tune verbessern halt Entschuldigung das könnte jetzt so lustig werden ich hab damit halt jetzt ordentlich voll geht echt gut ein Raumstopf du wirst es gleich herausfinden passiert nix guck mal die kommen gar nicht weit ey wir sind ja fast fertig jo geht einfach mal weiter da muss ich aber eh gucken dass ich hier die Map ein bisschen voll stell weil es hängt dann gleich an mit richtigen krassen teile richtig krass äh kurz überlegen wen ich jetzt hinstelle wer war jetzt ähm den Eichenmisten die meisten bei euch wahrscheinlich so ja so dann auch dann auch immer schön ein bisschen was zu gold schmeißen oder jetzt kommen die riesenteile äh alles bereit jetzt kommt natürlich das Wo sind die Totenbluns, hallo? Ähm, okay Das kann echt knapp werden Das kann sauknapp werden Herrden Alter Huh Wir haben es geschafft Einfach mal weiter, Mann Jo, einfach weiter Mal gucken, wie weit es geht Ja, jetzt kommen sie Hä, lol Okay Komm, noch ein bisschen Ich brauche ein bisschen Gold hier Dankeschön Oh, Gummi zur Gold Ne, war da, hä, was? 2.900 Gut, das müssen wir dann langsam bei den ganzen hier dann machen Wie den jetzt Damit mit Ja, komm mal Das ist Cleo Was ihr da hört Das ist es Was ihr da macht Das ist nicht so oft Aber Das geht sogar Komm, weiter Muss gucken, wann Die ganzen Bluns mal wieder weg sind Damit ich hier gucken kann Wen noch Okay, den nächsten Wer mal der Genau Komm, weiter, weiter, weiter Ah, ich meine Ich meine es ganz kurz Dann zu Gold Lali Geil Ey, ey, ey Der nächste wäre dann der da Ja, okay, jetzt kommt das Geld echt schnell Jo, alter, was geht denn hier ab Ich kann die Leute gleich richtig Jo Was zum Oh, ich kann Ähm Ne, hä Äh, hier Den kann ich scheinbar irgendwo In die Mitte Okay, macht Außerdem, die sind ja fast alle voll Einfach mal weiter Mal gucken Ich brauche elf Dann kann ich hier den Arkan Ne Arkan Nägel einsetzen Mein Gott Eins kommt schon Das kriegt ihr hin Äh, meine Maus Ach, da ist sie Jedes Mal meine Maus Komm schon Ey, ist nur noch ein bisschen Komm schon, komm schon, komm schon Macht sie Ja Bam, Alter What the f- Jo Jetzt geht's ab Da geht noch nix Okay Gehen wir uns immer schon weiter zu Gold Da machen wir noch so einen hin Ja, bis bei dir Oben, unten Oben Toll Perfekt Oh, das sind sogar drei Ne, vier Wie viele sind das? Eins, zwei, drei Es ist Ach Egal, passt schon alles Auf ihn Äh, auf den oberen Wahrscheinlich Ja, auf den oberen Bam Ah, noch einen Stimmt Ich bin ja Ach Keiner Keiner Weiter Umfragen Zwei, neun Okay, das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Alles easy Zwei, neun Komm schon, noch ein bisschen Acht und achtzig Runde Acht und achtzig Jo Komm schon Ey, wir finden Bitte nicht Ja, ja Okay, ja Perfekt Die kommen nicht weit Ist ja Was sind denn das Jetzt eigentlich Nochmal Zauberaffen Das ist ja Eigentlich der Nur halt Sieht ja voll Interessant aus Wenn sie halt So Anders Sind Oh, nicht die Oh Sogar besiegt Wo Wie viel habe ich Eigentlich dann Oben gemacht Zwei Okay, das heißt Jetzt nur noch Nach unten gehen Die sind schon Krass Also Jetzt noch ein bisschen Nach unten Oh, das kann Das ist ganz blöd Oh What the Oh Fush What the Fush E Und jetzt noch Sechs Tausend Und dann Habe ich die Auch Na Noch ein bisschen Na, dann warte ich mal kurz Haben wir auch gleich Ich meine Ich finde, wie es mir gelang Jetzt schon Die Aufnahme ist So Ah, guck, der kommt dann Die kommen dann von oben Das heißt, von oben haben wir dann auch noch Schutz Das ist genau das, was ich wollte Das Oben das Machen Hei, hei, hei Sind die Huf Das geht hier auch in eine andere Richtung So Ja, genau Zwei unten Die sich kommen Und zwei oben Und unten scheinbar auch Aber es geht doch Jetzt noch kurz Überlegen Was wir noch machen können Ich denke, wir schaffen Auf, wann man Gestern kam mir glaube ich 96, gell Das heißt, wir müssen jetzt echt Aufpassen Und mit echt Aufpassen Meine ich auch Dass Sein Glück war da jetzt Ein super Affe Der kommt So, jetzt kann der die auch Ah gut, unten hilft er auch mit Ist perfekt Ich will einfach Geld bekommen Jo Chill doch mal Was geht denn jetzt ab Komm, komm Die Alter Was ist denn hier los Hilfe Alter, als ob wir das geschafft haben 96 Jetzt sind wir vom Stand von gestern Obwohl, jetzt sind wir sogar noch weiter Glaube ich Ich brauche den Batman 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 Ah, okay Er ist auf Stufe 20 Genau Komm Bisschen mehr Bisschen mehr Bisschen mehr Perfekt Stimmt Wir haben drei super Affen hier stehen LOL Wollte ich gerade sagen Weil da drei steht Warum Wieder verpeilt hier unterwegs Das ist gar kein Problem Wir sind automatisch jetzt schon Ist es jetzt Es ist jetzt schon die beste Runde Obwohl es auch schwer ist Obwohl es nur Zauberaffen sind Und wir machen Geld ohne Ende Ja, das muss man mal hinbekommen Und wir können noch kein Upgrade Ah, okay So kann man das auch Komm, bisschen mehr hier Warum tue ich eigentlich Ein Knopf Oh mein Gott Oh, eine Knöpf Das geht auch gar nicht hier Mach ich aber Sicherheitshalber noch einen Und ich habe das Geld also Flex, flex Gut, dann kann er unten auch mithelfen Komm, noch Rückschlag Genau Ultra Vision, bitte Dankeschön Oh, 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 oh Das war's 98 Ah, zwei Hunden Naja, Leute Ich hoffe, natürlich Euch hat es gefallen Da glaube ich nie kommt Wir sehen uns dann damit Morgen Was denn hier los Also Jedes Mal Und hier nochmal Mal sperren Achso Ich wollte gerade sagen So, hey Okay Ähm, machen wir nochmal kurz Äh Was denn da? Hä? Ja, ist schön Warum ist denn eine Eins? Oh Gott Egal Äh, Affen Businesspunkte Da bin ich hier Und bei den Helden Die ganze Zeit Hier, den haben wir schon Das heißt Helden beginn in jeder In jedem Spieler Stufe 3 Helden verursachen Wenn wir einen extra Schaden Bei Belohns Ich mach das da Helden erhalten 5% mehr Von mir Platzierten Helden Dann mach ich lieber das da Und dann sind wir gleich Oder halt Gleich vor allem Bald da Ja, Leute Wir sehen uns dann Damit morgen Ja Also Habe ich schon gesagt Ja, ich weiß nicht Habe ich schon Tschüss gesagt Keine Ahnung Äh, warum drücke ich die Windows Das? Keine Ahnung Mein Gott Ja Also Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss